Hoi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Ja, geht nahtlos weiter, ne? Wir müssen ja noch Kleehoi pressen. Ich sehe auch so viel, nämlich gar nichts. Ich sehe nichts von der Pickup. Na egal. Das ist ja auch noch am Start, ne? Oh, 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 was ist los, Junge? Mach schlapp. Das muss ja auch noch gepresst werden. Das müssen wir auch alles schön schickifani einlagern, ne? Kleehoi. Perfekt. Ja, da haben wir echt. Da liegen auch noch Ballen. Ich kann wohl einen einstellen, der hier Ballen fährt, wa? Kann einer gut Ballen stapeln? Müsst er mir nur 5000 Euro für zahlen, dann dürfte er hier Ballen stapeln. Gut, ne? Woll, dann kann ich mir vielleicht mal irgendwann was Neues kaufen hier. Also 5000 Euro, dann dürfte er hier Ballen stapeln. Dürfte auch mit dem Fan fahren, aber hinterher wieder volltanken, ne? Der kann Blödsinn erzählen, wa? Egal. Kriegen wir schon hin hier. Wichtig ist, dass das jetzt hier gepresst ist und dann müssen die Ballen vom Feld. Kartoffeln-Moped muss dann wieder laufen. Mal gucken, ne? Wie viele zusammenkommen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war nur einmal diesmal gedüngt, ne? Aber dann wird da nicht so viel zusammenkommen. Da brauche ich nur, glaube ich, gar keinen Kopfschmerzen machen. Geht die Performance denn noch? Ja. Dafür, dass wir so viel Ballen auf der Karte haben, ist hier echt gut. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Mal Hankers hochstellen. Vielleicht kommt er dann besser in den Tritt. Nicht so viel Glück, ne? Hat er nicht so gerne. Oh, Gott. Kriegen wir hin. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Hier wäre ich ab, da rennt der, ne? OOB hoch, ey. Letztens, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ich wundere mich. Immer wieder, ne? Der hat 260 PS, ne? Bist du den Ball noch ab? Danke. Aber irgendwie kommt der nicht in die Stube, ne? Boah, guckt euch das an. Wie viele Ballen das gibt? Ey. Oh, Mann. Kann's ja gar nicht sein. Ich weiß auch nicht. Glaub ich, von da aus. Komm wieder, wenn die Ballen weg sind. Oh, heu scheint's auch jede Menge zu geben, wa? Komm, mir einer von euch 250.000 Euro pumpen. Ich hab hier No-Kredit-Challenge. Könnt ich den Kuhstall voll machen. Mann, ey. Wir haben gar keinen Platz, die ganzen Ballen zu stapeln. Äh, zum Lager. Zu stapeln haben wir auch keinen Platz. Aber auch zum Lager. Ist ja Hammer, was da wieder zusammenkommt. Fährst du ein paar Kilometer, kommt ein Ball draus. Leute, echt. Ich weiß nicht, wo wir da hin sollen. Hast du abgelegt? Danke. Krass. Krass. Leute, Leute. Eins, zwei, drei. Nur auf diesem kurzen Stück vier. Der arme Fendt. Können wir direkt voll tanken. Guckt euch das ein. Nein, 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 nein. Ich weiß es nicht mehr. So ist es halt in Leben, ne? So, jetzt geht er wieder in die Knie. Geht weg hoch. Ich glaube, wir werden uns einen anderen Schlepper zulegen, ey. Da habe ich ja so langsam gar keinen Bock mehr drauf. Dass der so in die Knie geht. Weiß ja auch nicht. Was können wir uns denn für einen leisten? Wenn wir diesen vertickern. Oh, nee. Ich habe es gewusst. Weiß ja gar nicht, was wir für die Schleuder hier noch kriegen. Mach mal der Garage auf. Da kriegen wir nur noch 100.000 für. Okay, vielleicht noch 10.000 mehr, wenn du ihn zum Händler bringst. Ja, dann lass mal stecken. Kannst du ja vergessen. Ist ja gar nichts an Kohlen für. Da kriegst du ja gar nichts mehr an Schotter für. Mann. Und Ball ohne Ende. Womit habe ich das verdient? Also Leute, wenn einer noch Kleeheu braucht, kann er sich Hygiene abholen. Das geht es auch umsonst. Aber wird der Deutsche-CD für vollgetankt. Aber das könnt ihr euch dann abholen. Ich habe so ein paar Billiges über. Ist ja anormal. Ja, so ist das hier auf der Ellebach. Irgendwas ist immer, ne? Keine Kohlenanstalt, aber heul wie Sau. Echt. Kannst du ja voll vergessen. Naja. Irgendwie werden wir dem auch noch her. Ja. Oder. Mist, ja. Jetzt formen wir die ganze Folge nur Ballen, ne? Zwei Folgen Ballen pressen. Hört dazu. Dafür können wir die nächsten zehn Folgen Ballen stapeln machen. Nein, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Bin ganz ehrlich. Das können wir doch gar nicht alle einlagern. Guckt euch das an. Habe ich hier irgendwas verpasst? Oder was hat das jetzt so viel gibt? Da sind ja bestimmt 50 Ballen hinter hier. Alle fünf Meter kommt ein Ballen raus. Oh, wie geht's? Jo, jo. Ach, und das, wo man sich mit umguckt, ne? Das ist nix. Mod oder sonst mal. Track ER5 nennt man das, ne? Gibt's bei Amazon. Könnt ihr eingeben. Aber setzt euch hin, ne? Wenn ihr den Preis seht, dann wisst ihr Bescheid. Ich wusste auch gar nicht, dass es noch Zuschauer gibt, die nicht wissen, dass es Track ER5 gibt. Weißt du eigentlich jeder heutzutage, oder? So, Leute, ich entlasse euch jetzt, ne? Das ist ja sonst zu langweilig, oder? Ich werde den Rest noch fertig pressen. Ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn's euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nix mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.